Hallo, wir sind Mini-Entreprise 3D2C. Das ist ein bisschen, um mir da zu suchen. Und mit Schuhe, sie waren mit dir. Wir sind mit Baudelis am Projet Mini-Entreprise. Und doch viel, wo wir uns eigentlich gekommen sind. 3D2C. Wir sind motiviert und wollen innovieren. Und das Hauptsache für die Menge nach Schulen. Und mit unserer Kreativität, wollen wir uns vielleicht ein bisschen helfen. Wir schaffen mit nachhaltige Materialien. Und probieren so, ein umweltfreundlichen Design zu machen. Dafür schaffen wir eine Kollaboration mit der Umweltberuhtung am Seeweg. Und mit der Schreinerei-Modulat zu tun. Macht mit und unterstützt uns. Das war ein Ausschnitt von unserem Team. Das war ein Ausschnitt von Bayern. Da ist eine sehr starke SmartLine. In der Mitte, wir sehen uns auf dem einen Schraub. So lange bin auf einem Schraub. Und jetzt sehen wir ruhig.